Meine lieben Kinder, jetzt kommen wieder die Körperteile. Teil 6. Wiederholen wir zuerst die schon gelernten Wörter. Was ist das? Das ist der Hals. Was ist das? Das ist der Arm. Was sind das? Das sind die Arme. Was ist das? Das ist die Hand. Was sind das? Das sind die Hände. Schauen wir mal die neuen Wörter. Was ist das? Das ist der Finger. Sagen wir dreimal zusammen. Das ist der Finger. Das ist der Finger. Das ist der Finger. Was sind das? Das sind die Finger. Sagen wir zusammen. Das sind die Finger. Das sind die Finger. Das sind die Finger. Was ist das? Das ist das? Das ist der Fuß. Sagen wir zusammen. Das ist der Fuß. Das ist der Fuß. Das ist der Fuß. Was sind das? Das sind die Füße. Was ist das? Das ist das Bein. Sagen wir zusammen dreimal. Das ist das Bein. Was sind das? Das sind die Beine. Du bist dran. Das sind die Beine. Das sind die Beine. Dankeschön. Das war's bis heute. Tschüss.